Hallo liebe TBG-Freunde, heute ist Tag 4! Jawoll! Und wir sind heute in Dünrell, schön direkt am Meer. Wir sind in diesem Familienpark und wurden schon ganz, ganz lieb empfangen, oder Amara? Oh ja, total klasse! Der Parkmanager und der Parkoperator, die haben uns direkt empfangen mit einem lecker Kaffee und hinter uns geht es schon los und deswegen machen wir uns jetzt auch mal da auf die Rutsche und machen uns einen ganz, ganz tollen Park hier. Einen Tag hier! Einen Tag hier im Park! Also sieht selbst, viel Spaß! Hahaha! War nas? Es war nas! Es war nas! Euer! Wir haben jetzt gezkelt einen Ball. Das hörten wir mal aus. Falten wir mal zurück und es geht nicht auf. Witziger hat auch, dass wir jetzt immer mehr haben! Doch! Von der字 hast du gesagt... Musik 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 Kamera, links, rechts geradeaus? Äh, rechts, rechts Musik 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 Oh, angenehm Musik 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 In einer kleinen Regenpause wollen wir gleich mal gucken, was die Modellbahn sagt, ob wir schon die gehen können sparen können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mittlerweile haben wir alles geschafft, was nächstes Ziel wäre das Tiki-Ball. Wo wir übrigens nicht filmen werden, weil das will keiner sehen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.